Dieser wunderschöne und top ausgestattete Ford Focus Titanium Malt Hybrid könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost mit Malt Hybrid erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Anklapper an Außenspiegeln bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Designräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fussmatten gehören natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fokus schützt Sie rund um Methode Winkelassistent, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter-Soft für Wohlbehaben. Zum Radio-Navigationssystem gehört auch das Kommunikation-Sync 4. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem super schönen Ford Focus Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen Garantie bei uns. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017